Hallo. Es wird immer offensichtlicher, dass die Energiewende ein Fiasko und krachend gescheitert ist. Politiker anderer Länder, Experten und Unternehmen adressieren es immer häufiger. Doch in der deutschen Politik möchte sich das aktuell noch niemand eingestehen. Dazu ein Text von Marc Friedrich mit dem Titel Deutschland macht die dümmste Energiepolitik der Welt. Das müssen wir jetzt tun. Vom 14.10.2023. Viel Spaß. Statt des versprochenen grünen Wirtschaftswunders, das die Grünen noch lautstark und selbstbewusst vor der Bundestagswahl angekündigt hatten, erleben wir unser blaues Wunder. Denn weder von einem Wirtschaftswunder, geschweige denn einem grünen Wirtschaftswunder, ist aktuell etwas zu sehen. Ganz im Gegenteil. Deutschland ist in eine Rezession gerutscht. Eine Deindustrialisierung ist in vollem Gange. Die Unternehmenspleiten steigen auf ein Siebenjahreshoch und die Aussichten trüben sich immer weiter ein. Ebenfalls ausgeblieben sind die sinkenden Strompreise, die eigentlich nach dem Atomausstieg laut der Wirtschaftskoryphäe und anerkannten Energieexpertin Katrin Göring-Eckardt hätten eintreten sollen. Doch wie bei so vielen Themen ist die Welt da draußen eine andere als die in der Berliner Politikblase. Stattdessen wird nun über subventionierten Industriestrom nachgedacht. Kann man sich nicht besser ausdenken. Man kreiert selbst ein Problem, um dann die Lösung dafür parat zu halten und sich als Macher darzustellen. Die Zahlen zeigen, dass der Strom immer teurer wird und das, obwohl die EEG-Umlage, also die Abgabenlast, weggefallen ist. Deutschland hat sich allein in diesem Jahr von einem der größten Strom-Exporteure zum Netto-Importeur entwickelt. Laut Statistischem Bundesamt mussten im zweiten Quartal 2023 7,1 Milliarden Kilowattstunden Strom nach Deutschland eingeführt werden. Das ist der höchste Import-Überschuss in einem Quartal seit Beginn der Statistik im Jahr 1991. Auch im August und September kam es zu signifikanten Strom-Importen. Im abgelaufenen Monat wurden netto 4,543 Millionen Megawattstunden Strom importiert. In den ersten neun Monaten 2023 stehen nun schon bereits 12,893 Millionen Megawattstunden Netto-Import auf der Uhr. Seit dem Ausstieg aus der Atomkraft ist keine einzige Woche ohne Nettostrom-Importen vergangen. Anders sieht das jedoch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die in der Talkshow Maischberger behauptet, Deutschland sei Nettostrom-Exporteur und man beziehe keinen Atomstrom aus Frankreich. Beides natürlich falsch. Viel bezeichnender ist allerdings, dass der hausinterne Faktencheck der Maischberger Redaktion ganze vier Anläufe braucht, um Frau Neubauer zu bescheinigen, dass ihre Aussage nicht der Wahrheit entspricht. Man kann nur hoffen, dass es den Protagonisten allmählich dämmert, dass die Abschaltung der AKWs ein folgenschwerer Fehler war. Fakt ist, während wir unsere Atomkraftwerke stillgelegt haben, schalten alle anderen an. Polen wird ein Kernkraftwerk bauen, Italien will zurück zur Atomkraft und in China sind momentan allein 14 AKWs im Bau und weitere 56 sollen folgen. Außerdem ist fraglich, wie man denn die selbstgesteckten Ziele beim Ausbau der Windkraft in Zukunft schaffen will. Um die Dramatik etwas zu veranschaulichen, Deutschland müsste aktuell, um die eigenen Ziele zu erreichen, monatlich 350 neue Windräder installieren. Doch wie der folgende Chart zeigt, ist der Ausbau ins Stocken geraten. Im ganzen Jahr 2021 wurden nur 484 neue Windkraftanlagen installiert. 2022 kamen 555 neue Windräder, installierte Leistung Nettozubau 2139 MW, dazu. In den ersten fünf Monaten 2023 waren es 224 neue Windräder. Ein Nettozubau von nur 115 Windrädern mit einer Nettoleistung von 978,7 MW. Ein Witz, denn das offizielle Postulat bis 2030 lautet 115 Gigawatt installierte Leistung aus Windenergie. Aktuell ist man erst bei 58,5 Gigawatt angelangt. Und man darf nicht vergessen, die Rede ist hier von nicht grundlastfähiger Windkraft, denn Speicher sind aktuell noch nicht vorhanden, um den gewonnenen Strom bei Bedarf auch abrufen zu können. Auch in der EU will man bis 2030 jährlich 20 Gigawatt an Offshore-Windkraftanlagen bauen. Die Industrie betont allerdings, dass maximal 7 Gigawatt möglich seien. Doch das sind nicht die einzigen Probleme, die sich bei der Windkraft auftun. Man fragt sich, wie man den Ausbau schaffen will, bei einem anhaltenden Fachkräftemangel und den nach wie vor strapazierten Lieferketten. Dazu kommt der enorme Materialbedarf der erneuerbaren Energieträger. Allein für das Fundament eines Windrads werden bis zu 1000 Tonnen Beton benötigt. Nach Ende der Laufzeit landen die tonnenschweren Rotorblätter dann auf dem Sondermüll. Darüber hinaus sind Windkraftanlagen, insbesondere Offshore-Windparks, in der Regel auf seltene Erden angewiesen, wie beispielsweise Neodym, das hauptsächlich in China abgebaut und verarbeitet wird. Somit sind neue Abhängigkeiten bereits heute programmiert. Es sieht so aus, dass man nichts aus den vergangenen Jahren gelernt hat. Abgesehen von den Produktionsproblemen ist Deutschland in weiten Teilen durch Wind- und Sonnenarmut geprägt. Selbst wenn ordentlich Strom in den windstarken Regionen Norddeutschlands produziert wird, so fehlen nach wie vor die Leitungen, die den Strom in den Süden transportieren. Es ist und bleibt nichts weiter als ein Märchen, und so entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass nun ausgerechnet im Reinhardswald, dem Märchenwald der Brüder Grimm, Hessens größter Windpark, entsteht. Sinnbildlich für diese missglückte Energiewende steht Siemens Energy. Das Unternehmen meldete erst kürzlich einen Quartalsverlust von sage und schreibe drei Milliarden Euro. Allein die Reparaturkosten der Onshore- und Offshore-Windparks belaufen sich auf eine Milliarde Euro. Die fehlende Speicherkapazität führt uns direkt zum nächsten Problem, von dem man in der Politik gerne nichts wissen möchte. Die Rede ist vom sogenannten Geisterstrom. Denn selbst wenn dann mal der Wind kräftig bläst, kann es passieren, dass die Windräder zu viel Strom produzieren, so dass diese aufgrund mangelnder Speicherkapazitäten und Transportmöglichkeiten abgeschaltet werden müssen. Und auch hier sprechen die Zahlen und Fakten eine eindeutige Sprache. Wie der Bundesverband der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft schätzt, wurden allein 2022 rund drei Milliarden Kilowattstunden Windkraft, die von Anlagen an Land hätten produziert werden können, abgeregelt. Das verursacht natürlich enorme Kosten. So gibt die Bundesnetzagentur an, dass diese im Jahr 2021 bei mehr als 800 Millionen Euro gelegen haben. Man kann sich aktuell die Frage stellen, ob es der Bundesregierung wirklich um Klimaschutz geht. Denn falls es das täte, so hätte man die AKWs am Netz gelassen. Sogar die Wissenschaftssendung Quarks des WDR hatte das im Jahr 2021 bestätigt. Hätte man alle sechs der damals aktiven AKWs weiterbetrieben, so hätte man 69 Millionen Tonnen CO2, rund 10 Prozent der jährlichen Emissionen Deutschlands, einsparen können. Doch man hat sich gegen diesen Weg entschieden. Und den Preis dafür zahlen nun die Endverbraucher und die Firmen. Immer mehr Unternehmen kehren dem Land den Rücken. Die Zahlen sind erschreckend. Laut einer Umfrage des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft denkt mittlerweile jedes vierte mittelständische Unternehmen, 26 Prozent, daran, das eigene Geschäft aufzugeben. 22 Prozent denken sogar über eine Verlagerung ins Ausland nach. So kann man auch seine Klimaschutzziele erreichen. Denn wo nicht mehr produziert wird, da fallen auch keine CO2-Emissionen an. Das Fatale ist jedoch, dass im Ausland, wie zum Beispiel in China, unter schlechteren Umweltstandards produziert wird. Doch es gibt Lösungen. Wie in einem meiner letzten Beiträge dargelegt, sollte die Politik ihre jetzige Energiepolitik überdenken. Folgende Maßnahmen sollten sofort umgesetzt werden. 180 Grad Wende bei der Energiepolitik. Dazu zählt insbesondere die Rückkehr zur Atomkraft. Insgesamt acht AKWs könnten reaktiviert werden. Kohleausstieg überdenken. Übergangsweise die Kohle- und Gasförderung reaktivieren. Massive Investitionen in Forschung, insbesondere in die Speichertechnologie. Am Ende hätte man sogar eine Win-Win-Situation. Denn es würde dank der gesunkenen Energiekosten nicht zu einer Abwanderung von Industrien kommen. Der Staat hätte höhere Einnahmen und könnte mehr in die Erforschung neuer Speichertechnologien investieren, die dann am Ende tatsächlich Marktreife erlangen. Vor allem würde man so verhindern, dass die Industrie dorthin abwandert, wo die Energiekosten am geringsten sind, zum Beispiel China, und wo unter deutlich höherem CO2-Ausstoß produziert wird. Deutschland betreibt bereits seit Jahren die dümmste Energiepolitik der Welt. So titelte das Wall Street Journal bereits im Jahr 2019. Dieser Tage wird uns jedoch wieder schmerzhaft vor Augen geführt, dass die Autoren damit zu 100% richtig lagen. Auch ich warne bereits seit längerem vor den Folgen einer von Ideologie geblendeten Energiepolitik, deren Folgen nun immer mehr zutage treten. Die Gefahr einer anhaltenden Deindustrialisierung ist akut. Doch bis die Politik die Warnzeichen wahrnimmt, ist es wahrscheinlich bereits zu spät. Untertitelung des ZDF für funk, 2017